Bei einem Brand in einem Gefängnis auf der indonesischen Insel Java kommen dutzende Menschen ums Leben. Nach Polizeiangaben sterben mindestens 41 Häftlinge, acht werden schwer verletzt und 72 weitere erleiden leichte Verletzungen. Das Feuer bricht in Angaben zufolge in der Nacht aus, als die meisten Insassen des Gefängnisses in Tangerang etwas außerhalb der Hauptstadt Jakarta schlafen. Rettungskräfte können das Feuer, das sich größtenteils auf einen Block beschränkt, am frühen Morgen löschen und die Insassen in Sicherheit bringen. In dem Block sitzen hauptsächlich wegen Drogendelikten verurteilte Gefangene.